Eines der beliebtesten Modelle von Berg, der Buddy, wurde grundlegend verbessert. Das Modell wurde komplett getuned und das Design wurde gründlich überarbeitet. Tolle Felgen mit neuen Reifen, ein noch bequemerer Schalensitz und ein toller Lenker mit optimalem Grip, der nur noch auf die Berg Soundbox zu warten scheint. Kurz gesagt, mit dem Buddy wirst du zum Racer und bist mit Sicherheit der schnellste in deiner Straße. Eine der besten Eigenschaften des Buddy ist das BFR-System. Angenommen du fährst sehr schnell, trotzdem kannst du mithilfe deiner Pedale bremsen und sofort rückwärts fahren. So ist dein Fahrstil schnell, flexibel und immer sicher. Der Direktantrieb sorgt dafür, dass das Treten immer leicht und reibungslos verläuft. Alle Buddys haben große, starke Räder mit robusten Luftreifen, mit denen du schnell und bequem fortbewegst. Dank der Schwenkachse kannst du jeder Kurve präzise folgen. Sie sorgt dafür, dass der Buddy wie ein Block auf der Straße liegt. Der Schalensitz ist verstellbar, so dass du ihn bis zum Alter von acht Jahren verwenden kannst. Da du mit dem Buddy sehr schnell fahren kannst, willst du ihn möglicherweise mit einem Sicherheitswimpel oder Blinklicht versehen. Das macht dich für andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar. Du kannst auch einen Anhänger an deinen Buddy kuppeln. Wenig Stellplatz für deinen Buddy? Dann park ihn einfach aufrecht. Der Buddy ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich. Bist du gern auf vier Rädern unterwegs, dann kannst du zwischen Buddy B-Orange, Buddy Lua und Buddy Cross wählen. Bist du eher ein Bikertyp? Dann ist der Joppy Neo genau das Richtige für dich. Mit einem Vorderrad, einer hohen Vorderradgabel und einem verlängerten Lenker Gas geben und los geht's!